Yeah, was geht denn ab, YouTube-Pews, euer WadoDNZ und am 30.01.2012 für German Top-COD-Shorts. Heute haben wir einen Clip bei Ql oder Cavill, dem Psycho, und er spielt mit dem Wurfmesser und er holt sich eins, zwei, drei, vier und fünf, der kleine Muffaker, digga, so ne kleine Title-Bitch, macht ne Five-Man-Feed mit dem Wurfmesser, man. Und jetzt geht's sogar noch weiter im selben Game, der kleine Muffaker holt noch einen mit dem Wurfmesser, holt den zweiten und er dreht sich um, da ist der dritte, da ist der vierte und der kleine Muffaker holt ne Quartz-Feed mit seinem dreckigen Wurfmesser, digga. Ja, was ist denn los bei dir, man? Oh, man, manchmal im verfickten Leben schafft nichts, digga, nichts. Oh, man, ey. Oh, und wenn auch ihr solche krassen Clips auf eurem PC habt, ne, dann schickt sie an German Top-COD-Shots, der wahre Boss war wieder da, der Boss ist jetzt mal wieder weg, meine Freunde. Und, ähm, ich hoffe, man sieht sich, ne, und wenn nicht, dann grüßt eure Schwester von mir. Ja, ein kleines Outro hier als Bonus-Material an diese kleinen Pisser, die nicht wissen, was ich hier sag, denn meine Commentaries sind alle dem Spaß gewidmet. Wenn du das nicht verstehst, dann verpiss dich und fick dich. Sonst kriegt ihr gleich einen auf den Schnauz.